Demografie und Politik Alphabetisierung und sinkende Geburtenzahlen, zwei universell zu beobachtende Phänomene, ermöglichen die universelle Verbreitung der Demokratie. Ich weiß aus Erfahrung, dass Politologen ohne demografische Kenntnisse und Demografen ohne politologische Kenntnisse ungläubig reagieren, wenn man die These formuliert, dass zwischen dem Rückgang der Geburtenrate und der politischen Modernisierung eine Korrelation besteht. Es ist eben sehr bequem, die verschiedenen Ebenen der menschlichen Geschichte getrennt zu betrachten und so zu tun, als existierten das politische Leben und das Familienleben völlig unabhängig voneinander, als könnte man Männer und Frauen in Scheiben schneiden und jede Scheibe lebte für sich allein entweder im Bereich der Politik oder im Bereich der Reproduktion. Zur Untermauerung dieser These erlaube ich mir, auf die Argumentation zurückzugreifen, die ich 1976 in meinem Buch »Vor dem Sturz« verwendet habe. Darin habe ich aus dem Rückgang der Geburtenzahlen in Kombination mit anderen Indikatoren auf das Ende des Kommunismus in der Sowjetunion geschlossen. Die damals geläufigen Theorien und die Mehrzahl der berufsmäßigen Erforscher der Sowjetunion folgten der vor allem von dem russischen Dissidenten Alexander Sinovyev formulierten These, 60 Jahre Diktatur und Terror hätten einen neuen Menschentypus hervorgebracht, den »Homo Sovieticus«. Die geistige Struktur dieses »Homo Sovieticus« sei dauerhaft verändert worden und das garantiere den unbegrenzten Fortbestand des Totalitarismus. Ich bin von meiner Ausbildung her nun einmal Historiker und Demograf. Und so leitete ich aus dem Rückgang der Geburtenzahlen in der Sowjetunion. 43 Geburten weniger auf 1000 Einwohner in den Jahren 1923 bis 1927, 27 Geburten weniger in den Jahren 1950 bis 1952, 18 weniger im Jahr 1975. Aus diesem Rückgang der Geburten leitete ich also ab, dass dort immer mehr ganz normale Menschen lebten, die zweifellos in der Lage wären, den Kommunismus abzuschütteln. Für Russland gilt, wie für Frankreich und Deutschland, dass der Übergang eine besonders turbulente Phase war, in der die Veränderung der sexuellen Verhaltensweisen den durch die Alphabetisierung verursachten Orientierungsverlust noch verschlimmert hat. In Russland war dies die Stalinzeit. Auch wenn es schwierig ist und auf den ersten Blick nicht einsichtig erscheint, müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die Krisen und Gewaltausbrüche, die uns die Medien unermüdlich vorführen, in den meisten Fällen keinen Rückschritt anzeigen, sondern Ausdruck von Regelverlusten in Übergangszeiten sind und folglich zum Prozess der Modernisierung gehören. Auf den Umbruch folgt automatisch eine Stabilisierung, ganz ohne Intervention von außen. Einmal ist der Aufmerksamkeit, und die Aufmerksamkeit,